Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal und bei einem neuen, ganz besonderen Video hier. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe letzte Woche die 500 Abonnenten geknackt. Für manch einen ist das vielleicht nicht viel, aber ich finde, das ist schon mal ein Grund zu feiern. Ich habe den Kanal nämlich irgendwann letztes Jahr im Juli, ich glaube 11. Juli, ging das erste Video online. Und habe innerhalb von fast einem Jahr 500 Menschen erreicht, die sich vielleicht zum Großteil gerne meine Videos anschauen, wenn ich über Bücher rede oder wenn ich bastel. Wir haben ja hier so zwei Lager, das eine sind die Bücherfreaks, das andere sind die Bastelfreaks. Und ich habe sie natürlich beide gleich lieb. Es sind nämlich zwei Leidenschaften, die in meinem Kanal quasi vereint sind. Und dann ist noch ein kleiner Teil davon, der vielleicht beides vereint. Und natürlich auch die Marvel Geeks und Nerds, die ihr da vor den Fernsehern und Tablets und Handys und Laptops sitzt, die gerne meine Videos schauen. Und um mich bei den 500 Menschen einfach mal zu bedanken, habe ich mir gedacht, machen wir heute zusammen ein kleines Gewinnspiel, also so ein Aufruf zu einem Gewinnspiel. Und ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die ich gerne an eine glückliche Person von meinen 500 Abonnenten verlosen würde. Wie ihr es auf dem Thumbtel schon gesehen habt, das Päckchen ist schon gepackt. So sieht das Ganze aus. Hier ist einer meiner Sticker drauf. Und ich möchte euch nicht ganz im Detail verraten, was da drin ist. Aber hört mal, es ist ein bisschen was und es wiegt auch bestimmt gut 3-4 Kilo. Also es ist ein bisschen was drin. Ich werde jetzt einfach mal grob sagen, was drin ist. Und wie das Ganze im Detail aussieht, seht ihr dann natürlich, wenn ich die Auslosung mache, dann werde ich euch nämlich auch sagen, was genau drin ist. Also, wir haben zwei Bücher drin. Die Bücher sind auch noch ungelesen. Die hatte ich irgendwann auch mal bestellt. Aber sie liegen einfach schon so lange bei mir rum. Und mittlerweile hat sich mein Lesegeschmack ein bisschen verändert. Aber zum Wegwerfen ist es zu schade. Aber sie sind wirklich noch krachneu. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache einem von euch da draußen eine Freude. Des Weiteren finden wir in diesem tollen Paket einen Schlüsselanhänger. Dann haben wir noch zwei Lesezeichen drin. Dann haben wir noch ein bisschen Bastelmaterial drin. Dann haben wir ein bisschen Schmuck drin. Ich muss ja auch meinen Shop ein bisschen mit in das Paket einfließen lassen. Der ist natürlich auch ein großer Teil meines Lebens. Und noch diverse Kleinigkeiten werdet ihr in diesem Paket finden. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr allerdings 18 Jahre alt sein und in Deutschland, der Schweiz oder Österreich wohnen. Ansonsten ist das Gewinnspiel ganz, ganz simpel. Ich möchte nämlich nur, dass ihr mir eine Frage beantwortet. Und zwar wäre die, warum habt ihr mich abonniert? Seid ihr vielleicht von der Do-It-Yourself-Sparte gekommen? Oder seid ihr von den Büchern gekommen? Oder seid ihr von den Conventions gekommen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und natürlich dürft ihr mir auch gerne verraten, was für Videos ihr euch des Weiteren von mir wünscht. Ob ich mehr Do-It-Yourself machen soll oder ob ich weniger davon machen soll, dafür mehr über Bücher sprechen soll. Also schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann wandert ein Los in den Lostopf. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, pro Person drei Lose abzustauben. Das wäre nämlich einmal hier unter diesem Video. Dann werde ich das gleiche Gewinnspiel noch bei Instagram aufziehen. Und für meine Facebook-Follower gibt es das gleiche Gewinnspiel. Wenn ihr also sowohl hier mein Abonnent seid, bei Instagram mein Abonnent seid und auch ein Abonnent meiner Facebook-Seite seid und mir die Frage quasi dreimal beantwortet, dann habt ihr auch die Chance, drei Lose zu ergattern. Ich glaube, das war jetzt alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einfach jetzt ganz viel Glück. Ich drücke jedem Einzelnen von euch die Daumen und das Gewinnspiel wird bis zum 1.7. laufen. Also am 1.7. wollte ich die Lose ziehen. Das werde ich vermutlich live bei Instagram machen, aber es natürlich auch nochmal hier auf dem Kanal in Verbindung mit einem Video auflösen, wer denn gewonnen hat und natürlich dann auch erzählen, was sich Tolles in diesem Paket befunden hat. Ich hoffe, der Gewinner freut sich. Ich drücke euch die Daumen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss!